Heute hab ich schon irgendwo... What the fuck? Ich hab das gar nicht verstanden. Ich hab nur an Summoners Rift verstanden. Sonst war es einfach nur... Alter, warum flamend? Warum schreit der mich so an? Alter, der Ansage-Dude ist ja der Hammer. Minions sind auf der Marke. Also, ich meine, der sagt ja nicht mal das, was hier steht. Chat größer fließt. Nein, ich hasse den Chat. I hate it. Wo bin ich denn hier? Ich überflucht der Karibik, oder was? Got it. Läuft bei Marfite. Marfite, du brauchst unbedingt eine Therapie, Junge. Okay. Zahlst du aber. Feuer. Ja, sehen wir, was der Junge vorhat. So geil. Seine fucking Fässer kosten ja auch null Mana. Das Gute ist, er kann meine... meinen Slow... äh... Backfruiden. Das geht, aber nicht mein Ult. Ah, Knock-Up kannst du halt nicht mit Zitronen-Counter... Im frischen Leben geht's, aber... hier... mit Kluft geht's nicht. Stay down, bitch. Ich möchte mein Alte, ich hab meine Swift zurück. Wo ist die junge Frau? Wobei, jung war sie... Das ist ein guter Mann, der Haushalt mit Freund. Hmm... Your ally has been slain! Hmm... That's what I said. City. Sidanix. Uh! Machst einfach deine Ulti und hast erstmal nicht genug Mana. Keine Ulti. No Ulti. Sollte mal weniger chappen, ja. Armor! Give me the f***ing Armor! Ach! Pfff! Oh, Mann! Warum rennt ihr denn da vorne? Kack mal, Seil, ey. Ich soll die Lars hinten... Ich dachte, der Flash noch oder so, aber er hat anscheinend nicht so gestattet. Oh, ist das super. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Gage jetzt ein paar mal machen. Wie ist der jetzt schon die Zutronung? Wie zu früh, ja. Also, das ist ja das Ding, ne? Das macht ja auch Les QQ richtig, ne? Er hat einen Assassin und geht nur roam. Roam, die ganze Zeit! Er hat einen Mitlehnturm verloren, ist egal, weil Botlane alles zerstört hat und jetzt ist ein Interestzahler, der mitlehnturm. Du bist ein Assassin, der mobil ist. Geh roam! Und du bist ein Assassin, der 5er-Boots baut. Geh roam! Jerome! Ich habe keinen Arbeitsplatz. Geh roam! Geh roam! Huh? Easy! Hallo! Ha! EEEEY! So, bippity-ba-bity-boo! Ich hätte es auch ulten können, aber ich habe mir... Ich muss lernen. Les weiß halt, wie man Talon spielt. Geh, roam! Die Lane schlecht läuft, geh, roam! So viel Armo, ey. That game is not even close. Dadurch auch etwas uninteressant. Ich werde über Yee helfen. Ich gehe mal über Ashton. Ich habe lange getankt. Anna kommt doch gleich. Und... Turnaround. Okay, das... Das Spiel läuft sehr gut, aber es fühlt sich nicht an wie ein... Das fühlt sich nicht an wie ein Main-Spiel. Die sind halt übelst... Unsere Assassins sind übelst gefriedelt. Da! Boah! Ich bin echt abgefangen. Ich bin echt abgefahren, aber... Oh, ich leid. Ach, wie sieht's aus, ey. Gut, wir machen mal kurz das 1 1 da hier oben. Ich hätte es probieren können, sowohl... Ach, Level 10. Ich bin auf jeden Fall nicht alleine hier. Oh, die schießt auf mich. Das habe ich jetzt mitgekriegt. Die hätte wirklich auf mich geschossen. Aber ich muss sagen, es war absolut worth, einfach nur um zu sehen, wie viel Schaden die Ash macht. Ich war einfach jetzt gerade einfach nur schockiert. Die hatte ja schon Infinity. Die hatte schon Infinity gehabt. Habt ihr das gesehen? Ich habe ja schon 300 Amor, aber habt ihr das gesehen? Wie schnell der Gangplank ist er auch. Wenn er so ein Fass zerstört oder sein Q-Damage macht. Das ist halt jetzt krass. Blade, junger. Blade. Also war nice. Und ich freue mich auch, dass ein Sieg war. Aber das war jetzt kein... Also irgendwie... Das letzte Spiel war so lustig mit Shen. Dass ich einfach immer denke, ja, das hat einfach so viel Spaß gemacht. Und ich höre mich, ja. Aber das war so lustig mit mir. Und ich habe die� Zeit, ja, das war so lustig mit mir. Und ich habe mal erzählt, dass es mir ein bisschenチ 위한 und dr intentionally. Aber das war so lustig mit mir. Und ich habe es mir sehr, ich bin sehr, bei mir geht viel. Und ich habe es mir sehr, bei mir helfen. Und ich habe es mir gedacht. Absolut warf!